Ok, wir müssen es ihm geben. Ah, endlich hat jemand dem DJ einen Drink speckiert. Coole Sache. Ach, genau das hat der DJ jetzt gebraucht. Danke für uns. Oh, Mann, da hat einer meinen Drink-Kurs. Bin gleich wieder da, Trinkgeld nicht vergessen. Ah, natürlich. Natürlich, nur wegen dem Kurs. Ok, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören. Und vergesst nicht euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy! Äh, genau Leute, auf die Bühne mit Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASF fickt. Applaus für Classy! Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein! Oh shit, das sind Undercover-Bullen! Ihr da! Wir sind Kinderwannen. Ich kann mir einfach nicht mehr. Das Spiel macht mich komplett fertig. Oh, Blende des Spiels. Wie ist hier lang gerannt? Äh, kommen wir? Gesperrt. Ok. Dann wollen wir mal Cassy. Die beiden sind hinter mir her, helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen! Ja, verpisst euch! Zur Seite, Ladies! Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Swifferin verhören! Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei! Traut euch doch! Oh nein! Die zwei Arschlöcher, die wir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgedudelt! Bei der Macht des Diabetes befehle ich! Ergift euch! Nein! Oh, komm! Okay, 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 weißt du was? Du verficktes, schwanzlutschendes Miststift! Ich bring dich um! Und diese Dame bringt euch die flötenkönete Valatio bei Fuchsia! Captain Diabetes! Oh, sie hat Strauch! Ja! Ja! Applaus für Paris! Uhlala! Mehr muss ich gar nicht sagen! Wir müssen das Ende des Gangs erreichen! Ich hab schon... Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns! Ihr wisst schon, wen ich meine! Applaus für unsere lüsternde Lola! Mein Feldkick regelt das mit links! Ah! Au! Oh, leck mich! Dieser Nahkampfscheiß ist nichts für Classy! Sie haut ab! Geht in die hinterste Ecke des Raumes! So schnell euch eure kleinen Beine tragen! Ich hoffe, ihr habt ein paar schnelle Attacken! Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund! Esmeralda! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Verschwinde, Classy! Wir halten sie auf! Die entkommt uns nicht! Die entkommt uns nicht! Aber dieses stinkt gegen Diabetes voll ab! Jetzt ist es los, Lady! Tanzen! Wir müssen Richtung Ausgang! Ich versuche mein Bestes! Ah, sie hat uns da weg geholt! Ich versuche mein Bestes! Oh nein! Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch! Schnapp sie dir, Chantal! Aufgepasst, meine Damen und Herren! Hier kommt die Mösenfürze! Die Herren des Adomaso, die definitive Domina! Chantal LeGrande Popo! Hey, Schätzchen! Für diesen Hintern bist du nicht bereit! Ach du Scheiße! Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen! Ich habe gehört, ein paar Knöpse brauchen eine Abreibung! Schnapp sie dir, Chantal! Oh Gott! Dieser Arschterquetsche uns wie Armeisen! Entkomme! Och du Scheiße! Ist diese Anzeige voll, unterbrich Chantal LeGrande Popo den Zug und greif sofort an! Hier kommt der wichere Tod durch, Chantal LeGrande Popo! Ich werde dir mit meinem Hintern jeden Knochen brechen, Baby! Geil! Okay, wir müssen uns weilen! Boah, Scheiße! Chantal LeGrande Popo macht euch fertig, Kinder! Ihr lauft besser um euer Leben! Wenn ihr jetzt fliegt, steigt eure Lebenserwartung immens! Wir müssen uns schlappen, damit du nicht schlappen! Nein! Ich bin raus! Ihr schafft das, Mädels! Ihr schafft das, Mädels! Es ist Popo-Time! Nein! Ey, die hat ihre eigenen Figuren ausgeschaltet. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen! Äh... Falscher Knopf! Du machst mich echt sauer! Ich setz mich auf dich, bis dir die Auffassung springt, Schätzchen! Meine Warnung, dieser Arsch ist tödlich! Hey! Puckershop! Glaubt ihr geht's gut? Hoffentlich hat's gut, dass ich nicht gehört! Ich bin dran, Bitches! Was? Nein, das ist unfair! Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst! Ich hab gehört, ein paar Knöpse brauchen ne Abtreibung! Hier ist schon toll! Hey! Hey! Halse dich von dem Arschfern! Kettendiabetes in Kampf bereits! Ich muss uns einfach nur mit Kettendiabetes! Sorry, dass wir das gewaltsam lösen mussten, Lady! Sorry, Schätzchen! Ha! Für Classy! Ha! Gut, gib komm! Komm zu mir, Süßi! Bummer! Aaaaah! Eiiiii! Eiieieieieieieii! Ach Scheife, schnell weg hier! Zuckersmash! Noch eine Schönheit weiß ins Graf! Lust auf nen Labdance? Nimm das! Na, na, nicht aussehen! Ha, ha, ihr kriegt mich nicht lebend! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Oh, bin wieder da! So ein Mist! Sag mal auf! Was für ein Vollidier! Wir müssen das Schild hochheben! Weg da, Sidekick! Es ist Zeit für den Zuckerzorn! Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht! Oh Gott! Das war zu viel! Ich brauch mein Insulin! Ich brauch mein... Oh nein! Oh Gott! Mein Insulin ist alle! Du musst mir helfen! Ich hab Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr! Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock! Ich... Ich sterbe! Oh Gott! Mama! Mama! Ich sterbe! Jemand muss mir helfen! Bitte! Oh! 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 Was soll ich da jetzt machen?! Oh! Oh! Naja! Nein. Nein. Nein, das ist gar nicht so gut. Ja, okay, scheiß auf der Diabetes. Tschüss. Tex-Mex. Kann ich jetzt Tex-Mex herstellen? Mhm. Oh, ich wollte mal so... Wir haben immer noch das. Wir haben es nicht genutzt, so Mist. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Nein. Weiß ich nicht. Ich kann nichts machen. Was ist gerade passiert? Bitte, wer bist du? Äh. Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre ein Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hatte es immer noch voll in der Nase. Zeit vor Ort. Wir haben die Zeit zurückgeforzt. Wow. Du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Clashy. Kuhnfreunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Wir brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhnfreunde, los geht's. Wir haben durch die Zeit gefurzt. Und ich habe gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden. Weißt du, wenn du mich... Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich drücken die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Ist jemand an der Tageskarte interessiert? Nein, okay. Alles klar, wie sieht ihr schön am Essen? Wo ist das Mädchen? Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein. Wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit ihrem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Was für ein Arsch. Oh mein Gott, was ist der Kuhn. Ist sogar, kann eigentlich, naja gut. Verbündete. Ah, ich kann Kettendiabetes nicht austauschen. Super Kray könnte ich zwar reinnehmen, aber dann hätten wir keinen Heiler mehr. Wir bräuchten einen Heiler. Ich lasse das Team erst mal so. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sind gefährlich auf Zeitgeg. Vielleicht können wir irgendwie Schaufengleichheit schaffen. Hey, Marco, die Prosciutto. Hey, ist jemand in meine Küche? Bin ich hier? Bin ich hier? Oh! Jetzt bin ich mal geschaut, was der Kuhn so drauf hat. Du wage meine Restaurantes zu behandeln wie billige Trattoria. Okay, zurücktreten. Die echten Superhelden sind jetzt da. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich kann nichts machen. Diese Küche ist eine Katastrophe. Zwei Sterne auf Yelp. Irgendwann scheiße ich jede einzelne Yelp-Reviewer in die Mund. Cool, cool. Oh! Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Wir kriegen eine Extra-Ladung Puppel und Fix. Deine Pürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuster Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Leg wohl. Das ist echt cool. Willst du noch ein Crème-Fraîche-Boukake dazu? Nein, verdammt, nochmal geht's noch. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Oh nein, der Chefkoch ist heiler. Hier geht's gleich heiß her. Hm. Steht bereit, hier kommt Kite! Schuhe Kite! Ich verlass mich auf dich! Wenn ich noch kriege was ab, ihr müsst alle spülen! Wir probieren einfach mal alles aus. Ja, das ist ein guter Bluter. Ah, er bringt zu bluten. Das ergibt keinen Sinn. Das nennt man Weichklopfen. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Dafür spielst du einen Haufen Töpfer und Pfannen. Gleich bist du nur noch eine weitere Flecke auf meine Schuhe. Ah, da heilt's. Hexe und Hoppe. Der Typ ist nervig. Oh, ja, aber, weil ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Zeig uns, was du drauf hast. Hm. Ich kann nichts machen. Die stehen alle genau da, wo ich stehen sollte. Mach das nochmal, wenn ich dich mache. Flotte wie eine, äh, Pianina. Ich nimm meine Eier in deine Soße. Nein, nicht, nicht mein Rappu. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Okay, jetzt will ich sehen, was der Kuh drauf hat. Oh nein, ich bin mir kalt. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Ich bin nur ungern bei der Pizzaparty. Ich mach Filet aus dir. Wie soll ich da gewinnen? Der heilt sich die ganze Zeit. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Hier. Danke. Wie soll man da gewinnen? Na, schau das nicht, Blödsack. Oh nein. Oh, das waren wir. Ich dachte gerade, das wäre der Kuhn, weil er geredet hat. Bitte was? Die Tage, an denen mein Pipi mal in Panini-Maschine geklemmt hat. Bitte was? Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest, versuch nicht zu sterben. Wir müssen den Küchenchef die ganze Zeit einbringen, damit er nicht heilen kann. Ich bin dran. Die Abilnis fordert wieder ein Opfer. Ich bin dran. Okay. Oh, Laser. Mach sie fertig, Saftsack. Hm. Es müsste trotzdem reichen, wenn der Kuhn nochmal da hinterher schickt. Wie der Wichser abgeht. So. Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Hier kommt der Kuhn. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit San... und dann auch mit den Kuhn, dann auch mit den Kuhn. Ja, ha ha ha. Wir haben die Chefkarte hier besiegt. Wir waren Kuhl und Friends nicht gewachsen. Klassi muss nah lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich keinen Insulin dabei habe. Hm, vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich will mich hier umsehen. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne meinen Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Die müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Hm. Ich bin so ein sacksmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu Blinderwut zu treiben. Es sei denn... Moment, ich hab's! Ach, wir müssen ihn anfurzen. Der Kuhn bringt mich zu Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes hab, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzelt hat. Er wollte mir nur helfen, meine Warnkräfte zu entfesseln. Wir müssen dadurch uns zur Klassi-Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Mann. Das gefällt Captain Diabetes. Klar, verschwindet alles nicht so schüchtern. Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Hä? 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 Wie soll ich mich hinstellen? Okay, kannst du ihn raushauen. Es hat gekleppt! Wir haben's geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gern ins Gesicht furzen. Verbündetenkraft, Diabetes-Zorn. So, wir durchsuchen nochmal ein bisschen hier die Kisten. Und dann würde ich sagen... Ja gut, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, ich mach jetzt die Aufnahmepause. Es ist spät und so. Und ja, es war trotzdem... Popeln und Wichsen! Wir haben Popeln und Wichsen! Ich liebe dieses Spiel! Ich würde gerne weiterspielen und so, aber trotzdem mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und hoffe, ich werde die auch noch weiterzugucken und es euch weitergefallen. Gut, also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn's gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt auf Abonnieren und auf die Glocke. Und Kommentare, könnt ihr auch was reinschreiben. Könnt auch das Video teilen, was ihr wollt und so. Also, ich mach jetzt Schluss und sage Tschüss, macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen und... Ja, South Park ist einfach genial. Tschüss, Leute!